Auf wie vielen Print Days warst du schon und was bedeutet Print Day für dich? Boah, die Anzahl der Print Days kriege ich gar nicht mehr zusammen, aber es waren viele. Schon damals im schönen Schloss Montabaur und insofern wahrscheinlich der Zehnte, würde ich mal so grob schätzen. Was der Print Day für mich bedeutet, der Print Day ist für mich, war es eigentlich schon immer ein Familientreffen, muss man schon sagen, in der Branche, sehr viele bekannte Gesichter, die man hier wieder sieht. Man kommt kaum rein, irgendwie findet den Platz, weil so viele Leute da sind, die man wieder trifft. Und es macht einfach Spaß und ist schön. Viele spannende Vorträge, ja, es ist einfach toll hier. Ihr seid ja dieses Jahr für, ich glaube, vier Awards nominiert, die heute Abend ja vergeben werden. Die Partnerschaft zwischen Werk 2 und Laudat ist ja sehr tief und sehr innig. Was bedeutet die Partnerschaft für dich? Wie siehst du das, die Entwicklung auch in den nächsten Jahren? Die Partnerschaft ist in der Tat sehr, sehr intensiv und tief. Die schätze ich auch wirklich sehr. Wir tauschen uns auf technischer Ebene immer aus, haben viele, viele gemeinsame Termine miteinander, wie du ja auch weißt und treffen uns und tauschen uns über technische Innovationen aus, arbeiten viel zusammen und insofern bedeutet mir diese Partnerschaft besonders viel. Auch auf vertrieblicher Ebene macht es immer Spaß miteinander. Man findet immer Lösungen für irgendwelche Anforderungen, die unsere Kunden dann haben oder potenziellen Kunden haben, findet man immer Wege, wie man da zueinander kommt. Danke. Sehr gern.